Und zwar sind wir jetzt hier mit zwei Mitgliedern von Calcia Candela und ihr habt jetzt erst gleich euren Auftritt und zwar wollten wir gerne wissen, ob ihr ein besonderes Ritual habt, wie ihr euch darauf vorbereitet. Wir sehen uns auf jeden Fall ein, ziehen uns um und trinken ein sauberes Getränk, sieben Jahre alt, aus Zuckerrohr und gehen auf die Bühne und feiern mit euch. Ja, cool, da freuen wir uns drauf. Und das Motto von unserer Sendung dieses Jahr ist Hidden Champion. Das sind Sachen, Personen, Dinge, die halt noch relativ unbekannt sind, aber die ihr halt ziemlich cool findet. Habt ihr da irgendeinen Hidden Champion? Du meinst Dinge oder Künstler oder sowas? Sachen, Dinge, Personen, die halt für euch, die ihr cool findet, aber noch unbekannt sind. Ja, finde ich, finde ich eine sehr gute Kategorie. Hidden Champion ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es unbekannt ist, aber ich habe es noch nicht so oft gesehen, ist es dieses Oldschool Telefon, was man ins iPhone steckt. Ist es noch ein Hidden Champion oder nicht mehr? Ja, also hier gibt es noch nicht so oft. Und hast du noch einen? Ich habe mir letztens so ein Teil gekauft, ich wollte Spargeln machen und ich hatte keinen Bock, dich zu schälen. Dann habe ich so ein Teil gekauft, das machst du an den Teilung so fest und dann schiebst du den Spargel durch und dann kommt der geschält raus. Cool, was es alles gibt. Ja, cool, dann vielen Dank und noch einen coolen Auftritt. Dankeschön. Dankeschön.